Indische Puttelbrust Curry Ich habe heute mit Cashew-Kirne, Zwiebeln, Tomaten und Curry gemacht. Diese Gerichte passt ganz gut mit ganz normalem Reis, Dosa, Idli oder Chapati, Naanbrot. Dafür brauchen wir 500 Gramm Puttelbrust, 3 mittelgroße Zwiebeln, wenn sie kleine Zwiebeln haben, sie können benutzen. 2 Tomaten, ein bisschen Cashewker, ich habe 15 Stück genommen. 10 Knoblauchseel, ich habe 10 Knoblauchseel geschnitten. Ich habe ein mittelgroßes Stück Ingwer genommen und klein geschnitten. Gewürze brauchen wir eine Lorbeerblätter. Ich habe zwei Stück genommen. eine Simtstange und vier Nelkenstücke. Für die Gewürze, ich habe 1,5 Teelöffel Korianderpulver genommen. Und 1,5 Teelöffel Kukumapulver, 1 Teelöffel Currypulver, 100 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Garam Masala, 100 Teelöffel Salz und 3 Teelöffel Jira Pulver, 3 Teelöffel Garam Masala, 3 Teelöffel Chilli Pulver. Für die Marinade brauchen wir 3 Teelöffel Joghurt. Für die Marinade brauchen wir ein bisschen Kurkuma Pulver. Zirka 1 Viertel können Sie benutzen. Frische Curryblätter, ich habe 15 bis 20 Stück genommen. Frische Korianderblätter, frische Minzblätter. Wenn Sie haben, Sie können benutzen. Wenn Sie nicht haben, einfach weglassen. 3 bis 4 Esslöffel Kokosnussraspeln. Wenn Sie frische Kokosnuss haben, Sie können benutzen. Ich habe 3 Esslöffel Kokosnussraspeln genommen. 4 Teelöffel Jetzt zeige ich euch, wie man Hähnchen vorbereiten kann. Schneiden Sie als kleine Stücke. Jetzt habe ich die Hähnchen klein geschnitten. Geben Sie geschnittene Hähnchen in einen Topf. Sie können entweder Hähnchenbrust benutzen oder Puttenbrust. Jetzt gebe ich ein bisschen Joghurt dazu. 3 bis 4 Esslöffel. Das reicht. Kurkuma Pulver. Hälfte davon. Kurz mischen. Ich habe jetzt Hähnchenbrust mit Kukuma Pulver und Joghurt gemischt. Circa halbe Stunde zur Seite stellen. Jetzt zeige ich euch, wie man Zwiebeln vorbereiten kann. Nehmen Sie die Zwiebel. Kleinschneiden. Jetzt habe ich die Zwiebeln klein geschnitten. Ich werde Hälfte davon für Mischung benutzen und Hälfte für Curry. Schneiden Sie die Tomaten als kleine Stücke. Jetzt habe ich die Tomaten klein geschnitten. Ich schneide auch die Minzblätter. Die Minzblätter schmecken gut, je geschnitten ist. Jetzt schneide ich die Karierblätter auch. Sie können einfach so benutzen, aber ich möchte gerne die Karierblätter geschnitten haben. Jetzt zeige ich euch, wie man für Mischung vorbereiten kann. Gerhitzen Sie zwei Esslöffel Oil in einem Topf oder einer Pfanne. Wenn das Oil heiß genug ist, geben Sie Kaschukirne. Ein bisschen rösten. Jetzt sind die Karierblätter braun geworden. Sehen Sie so. Und jetzt gebe ich Hälfte Kokos, äh. Jetzt gebe ich Hälfte Knoblauch sehen. Geschnitten Knoblauch sehen. So. Jetzt geben Sie geschnittene Ingwer dazu. Und Hälfte Zwiebeln dazu geben. Geschnitten Knoblauch geben. Kurz röseln, kurz anbraten. Die Zwiebeln sind jetzt braun geworden. Jetzt gebe ich die Kokosnussraspeln dazu. Kurz mischen. Jetzt gebe ich die ganze Mischung in einen Mischbecher. Jetzt werde ich sehr klein. Ich habe die ganze Mischung verkleinert. Ich werde diese Mischung benutzen für Hähnchencurry als Grundpaste. So. Jetzt geben Sie circa zwei Esslöffel Oil. Sie können, wenn Sie möchten, Sie können auch Butter benutzen. So. Jetzt gebe ich die Lorbeerblätter, Sinkstange und Nelken. Oil ist heiß genug. So. Jetzt gebe ich die Senfkörner. Prüfen Sie, ob es knackt. So. Jetzt die Senfkörner knackt. Jetzt gebe ich die Senfkörner, komplex Senfkörner und Kreuzkümmel. Geben Sie restliche Knoblauchseen. Geschnittene Zwiebeln. Karriblätter. Die sind braun geworden. Jetzt gebe ich geschnittene Minzblätter. Tomaten sind weich geworden. Ich habe schon alles angeröstet. Jetzt gebe ich alle gemahlene Pulver dazu. So. Erst gebe ich die restliche Kurkuma Pulver. Koriander Pulver. Chilli Pulver. Garam Masala Pulver. Gemahlne Fenchel Samen. Fenchel Pulver. Curry Pulver. Jira Pulver oder Kreuzkümmelpulver. Ich habe gemahlene Kreuzkümmelpulver benutzt. Und jetzt Salz. Alles geben. Und kurz mischen. In mittlerer Hitze erhitzen. Sekunderte. Oder Aru. Anrösteln. Anrösteln. Wir geben sie marinerierte Hähnchenbrust. In die Mischung. Mit Yoghurt und Kurkuma Pulver. in mittlerer hitze ca 10 minuten kochen wenn sie brauchen sie können wasser ca 3 bis 4 esslöffel geben jetzt habe ich ca 10 minuten in mittlerer hitze gekocht gekochtes hähnchen sieht so aus jetzt gebe ich die mischung dazu was wir vorher vorbereitet haben so jetzt kurz umrollen jetzt werde ich heute gravi machen deswegen ich benutze nicht viel wasser ich gebe nur ein bisschen wasser dazu jetzt prüfen sie Salz und Schaf ich brauche ein bisschen mehr Schaf in diesem Moment gebe ich ein bisschen gemahlener Pfeffer ich habe ca so viel genommen ca 20-30 Pfeffer jetzt gebe ich ca 1,5 Teelöffel gemahlener Pfeffer dazu kurz mischen ich brauche ein bisschen mehr Salz auch ich gebe 1,5 Teelöffel kurz Salz und Schafstrupel wenn sie möchten geben sie ein bisschen Butter dazu wenn sie möchten geben sie ein bisschen Butter dazu Butter oder auch indische Butter Schmalz oder Geh geben jetzt den Deckel schließen ca 10 minuten kochen lassen jetzt habe ich die ganze Mischung ca 5 minuten in Schnellkochstoff gekocht so jetzt geben sie Korianderblätter dazu bitte vorsicht immer mittlere Hitze benutzen sonst wird es brennen verbrennt es oder sie können lieber ganz normale Pfanne benutzen wenn sie in Pfanne kochen kochen sie ca 10 minuten länger so jetzt ist fertig ich 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 ich